Die Outdoor-Überwachungskamera besitzt eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei 25 Bildern die Sekunde. Die Kamera kann mit ihren geringen Abmessungen um 300 Grad geschwenkt und 65 Grad geneigt werden. Auf die IP-Kamera greifen Sie bequem weltweit per Smartphone, Tablet oder PC zu. Mit dem 10-fach optischen Zoom holen Sie auch weit entfernte Gegenstände nah heran. Durch Wide Dynamic Range, kurz WDR, erhalten Sie eine gute Bildqualität auch bei hohen Kontrasten im Bild. Dank Power over Ethernet, kurz PoE, kann die Kamera auch per Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Das erspart lästiges Kabelverlegen, wenn mal keine Steckdose in der Nähe ist. Durch den OnWiF Standard Support ist die Kamera auch mit gängiger Überwachungstechnik kompatibel. Der Alarm-Ein- und Ausgang macht es leicht, die Kamera in bestehende Sicherheitstechnik einzubinden. Eine Speicherkarte mit bis zu 32 GB kann auch in die Kamera eingesetzt werden. Die Kamera macht eine Nachtsicht von bis zu unglaublichen 100 Metern möglich. Durch einen analogen Audio-Ein- und Ausgang bietet die Kamera sogar die Möglichkeit, diese als Gegensprechanlage zu nutzen. Man kann 256 feste Wegpunkte programmieren und diese durch bis zu 8 verschiedene Touren vollautomatisch abfahren lassen. Besuchen Sie unseren Online-Shop unter alarm.de oder folgen Sie den Link aus der Videobeschreibung.